Hilf Gott, der Tag ist wiederhin, dass ich dem Toden näher bin, nun eilig zu dem Bette, da leg ich alle Kleider ab, als wenn ich schon ein sanftes Grab in meinem Lager hätte. Das ist die beste Wissenschaft, wenn ich, o Herr, an deine Kraft und an den Tod bedenke, so bin ich meiner Furcht befreit und ab in Tod und Lebenszeit den Frieden zum Geschenk. Nun, liebster Gott, ich lebe dich, allein gewandet setz ich sich vor dir und deinem Namen, drum errichte ich mein Heil und Licht und sag in solcher Zuversicht ein unbetrugnes Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020